Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Ganz genau, Leute. Und wir waren dabei, uns hier aufzubauen beim letzten Mal. Und wir haben ihn jetzt mal ziemlich auf die Fresse bekommen von dem Russen, weil er wieder mit so einer Scheiße hier ankommt. Ja, und mit sowas. Das meine ich halt, diese Mammutpanzer. Verdammt, Leute. Die sind so kacke, wirklich. Aber gut, die werden wir auch bald spielen. Aber erstmal noch nicht, weil erstmal müssen wir jetzt noch die Alliierten-Kampagne hier fertig kriegen. Ich werde auch nicht direkt danach mit den Russen spielen, weil es gibt dann noch so eine Sache, die ich gerne noch mit den Alliierten durchspielen möchte, und zwar die Extra-Mission. Weil die sind doch mega, die Extra-Missionen, finde ich. Was machen die Sammler schon wieder? Leute, seid ihr bescheuert oder so? Ihr sollt Hedelsteine sammeln. Nur einer am besten. Du gehst bitte hier oben hin. Das ist schon wieder ein Manikin, okay? Ja gut, dann überfahre die einfach. Der hat es auf meinem Bunker abgesehen, okay? Oh Mann. Gut. Ey, wenn die Sammler nicht so eine Scheiße bauen würden, ne? Wirklich. Geh hier oben einfach sammeln, Leute. Oh, mein Tech-Zentrum. Oh mein Gott. Was macht dieser Sammler? Ich hab dem gesagt, er soll die Scheiße angegriffen. Ach du Heilige, ja klar. Natürlich jetzt, wo ich keinen Bunker hier hab, ne? Mach die kaputt, los. So. Der eine, der schafft das schon hier. Oh nee, 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 nee. Ach, Leute. Mist, warte, ich lad das nochmal. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd, wenn die Sammler hier nur Scheiße bauen. Also wirklich, Leute. So, jetzt meine CPU-Auslastung. Jetzt 43%, das geht ja noch. Mann, 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 Mann. Alles klar. So. Sammler. Ihr sollt bitte vernünftig arbeiten. Ja? So, da ist dieser Mammut-Panzer wieder. Raketenwerfer. Okay. Mach die Scheiße weg. Los. Die Scheiße kaputt da. Die Sammler, die sollen jetzt bitte mal was Vernünftiges machen hier. Geh du hoch. Und du gehst bitte runter zu den Edelsteinen. Verdammt nochmal. Ja, natürlich konnte der nochmal schießen. Das ist... Ja, ja. Der hat's echt auf meinen Bunker hier unten abgesehen, ne? Das ist so heftig. Alles klar. So. Sammler, du sammelst bitte vernünftig die Edelsteine ein hier. Ach, du Scheiße. Okay. Drüberfahren. Einfach drüberfahren. So. Einfach drüber hier. Los. Ach, du Scheiße. Geh mal weg. So. Welchen hat der kaputt gemacht? Hier oben gehen. Ja, genau. Dieser Sammler. Wird gebaut. Dieser Sammler. Warum? Geh zu den Edelsteinen. Ey, ich könnte echt die Krise kriegen, ne? Bei diesen Sammlern. Die sind irgendwie... Beschissen, muss ich sagen. Also ganz ehrlich, gut. Weitere Kampfhäuser. Ich kontrolliere den jetzt manuell. Der kommt direkt nach Hause. Das ist so bescheuert. Unser Stützpunkt wird angekriegt. Habe ich genug Energie dafür? Nein, habe ich nicht. Jetzt kommt er schon wieder da mit seinen Scheißhubschraubern. Aber gut, egal. Wir brauchen noch ein Kraftwerk, Leute. Ja, natürlich. Ist wieder ein Männchen, der mir alles kaputt macht. Oder macht den Scheiß kaputt? So. Und der Sammler, ne? Das ist so eine Scheiße. Der Sammler. Der sammelt einfach nicht die vernünftigen Ressourcen ein. Ich verstehe es nicht. So. Direkt kaputt machen die Kacke. Jetzt kontrolliere ich den echt manuell hier. So. Verdammte Kacke. Ey. Also Leute, ganz ehrlich. Also diese Sammler hier, die sind... Ey. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Warum sammelt der das nicht? So. Jetzt sammelt die Kack-Edelsteine ein. Er macht's nicht, ne? Das ist... Das ist so blöd, wirklich, mit den Kack-Sammlern hier. Da kommt er schon wieder. Ich seh's doch und ich hab mal wieder keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich hab keinen Platz dafür. Ja, scheiße. Muss ich hier unten hinbauen. Ach du Kacke. Ja, natürlich, ey. Ey, das ist so... So Kacke, wenn die Sammler nicht vernünftig arbeiten, ne? Das ist so zum Kotzen. Wirklich. In Ordnung. Das ist die... Alter. Wo kommt er jetzt? Mammutpanzer. Alter. So. Das ist eine Scheiß-Mission. Boah, ey. Ich krieg hier laufend auf den Sack, ne? Das ist hier irgendwie... Ja, natürlich. Sammler wird von drei Mammutpanzern verfolgt. Na klar. Tschüss, Sammlei. Verdammte Scheiße. Ich muss nochmal laden. Mann, Leute. Ja, das ist... Bisschen Kacke gerade. Ähm... Egal. So. Letzte Mission, die muss schwer sein. Das ist einfach so. So, Leute. Direkt hier. Dieser Scheiß-Mammutpanzer da. So. So, Leute. Ähm... Macht den kaputt. Und diesen hier auch, bitte. Jetzt ruckelt das schon wieder. Das kann doch nie wahr sein. Wirklich. So, Leute. Ich muss einfach die ganze Zeit Panzer bauen. Ich merke das schon irgendwie. So. Und ich brauche ja noch hier... Äh... Moment, was war's? Ich glaube, ich brauche... Ja, ich brauche noch ein Großkraftwerk, ne? So, Leute. Verdammte Kacke. Die Sammler, die bringen... Ach, nur Kacke rein hier irgendwie. So, egal. Tädelsteine da. Keine Ahnung, also... Ob ich da noch irgendwas machen soll? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, brauche ich halt kleine Kraftwerke. Um mich erst mal ein bisschen über Wasser zu halten hier. Wird gebaut. So. Mein Gott. Da kommt er schon wieder, ne? Ja, das ist mit dem Manneken. Alles klar. Dann fahrt er einfach drüber. Los. Haha. Sehr schön. Einfach drüber fahren. Ja, das ist die beste Methode hier. Alter Schwede. Ah, das. Genau. Diese Stelle. Ja, ja. Hm. So. So. Gut. Leute, wir haben den Bunker. So, mach die scheiß Hubschrauber kaputt hier. Los. So. Alles klar. Gut. Das haben wir schon mal verteidigen können hier. Los. Jetzt reparier diese Kacke hier. Los. Ja, ja. Ist gut. So. Ich habe... Wie viele Sammler habe ich eigentlich? Ich habe, glaube ich, nur zwei Sammler, ne? Ich muss noch einen Sammler nachbauen, ja. Alles klar. Mache ich das gleich. So. Leute, dann würde ich sagen... Jo, gehen wir das nochmal an hier. Einmal Sammler bitte nachbauen. Wer sucht das wieder? Das klappt auch noch. Ernsthaft? Naja, gut. Egal. Gut. Dann ihr... Oh, ach du. Ah, das sind wieder hier unten die Grenadiere. Alles klar. Okay. Egal. Leute. Ja, natürlich. Diese scheiß Patrouille, ne? Wirklich. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal meine Hubschrauber. Und mache mit denen mal den ersten Mammutpanzer hier im Arsch. So. Mach den kaputt los. Diesen Penner da. Wirklich. Diesen blöden Penner da. So. Meine Frösse, ey. Das ist krass, Leute. Das ist extrem krass. Aber... Das kriegen wir... Der Bunker ist weg. Okay. Egal. Diesen scheiß Mammutpanzer unbedingt wegmachen. So. Leute. Das haben wir verteidigt. Sehr, sehr gut. Alles klar. Was zur... Alter Schwede. So. Der hat es auf meine Energie abgesehen. Ich muss gleich noch eine Flak hier unten hinbauen. So. Fahr den einfach kaputt. Oder keine Ahnung. Bleib hier stehen. So. Ich habe drei Sammler jetzt. Sehr, sehr gut. Alles klar. So. Dann bringt ihr schön die Kohle rein, ja? Hier unten der Tor muss ich noch nachbauen. Alles klar. Dann mache ich das noch eben. Boah, geht der mir auf den Sack mit der scheiß Luftwaffe, ne? Na, das geht. Das hier geht. So. Die gehen auch. Alles klar. Sehr gut. Dann haben wir uns jetzt erstmal ein bisschen... Was zur Hölle? Wo denn? So, egal, Leute. Ah, gut. Dann würde ich sagen, bau weitere Panzer, bitte. Und die Hubschrauber? Die können mal diesen Vorposten hier kaputt machen. Der nervt. So. Dann gehen wir... Dann befreien wir uns jetzt mal so nach und nach, ne? So. Leute. Mach diesen scheiß Panzer kaputt. Los. Na, schade. Schade. Egal. Kommt doch wieder mit Mammut. Panzern. Okay. Dann schießt ruf. Da, komm. Los. Schießt ruf. Meine Fresse. Die halten so viel aus, ne? Das ist unglaublich unfassbar. So. Nein, mein Sammler. Ach, verdammt nochmal. Jetzt kommt er schon wieder hier mit allem Scheiß an, ey. So. Was zur Hölle? Ne. Da kommt er mit Hubschraubern. Alles klar. Geht ihr wieder oben. Los. So. Leute. Was zur... Toll. Super geil. Wirklich. Die Bunker sind mit einer Rakete wirklich weg, ey. Oh Mann. Warum repariert der das nicht? Konstruktion abpustet. Alles klar. Türmchen nachbauen. Ach, du Kacke. Das macht schon Spaß, ja? Wo sie sagen. Schön schwierig gemacht auch. Ja, das kann länger dauern. Die Mission. Die kann echt länger dauern. Gut, ich brauche auf jeden Fall noch eine Flak. Chronosphäre. Werde ich nicht brauchen. Sammler, was zur Hölle? Was zur Hölle? Diese Sammler gehen mir wirklich langsam auf den Sack. Wenn die nicht, äh, keine vollen Ladungen nach Hause bringen. Ah, das ist wieder die Kirschenmucke. Oh, oh, oh. So, genau. So, nach einem Flak hierhin. Mit dem Inning kann er es gerne versuchen. So, dann weitere Kampfpanzer hier los. Ich muss sagen, repariere ich mal Schritt für Schritt meine Hubschrauber. So. Oh, oh, oh. Genau. So, der sammelt da schon fleißig ein hier. Aha. Aha. Okay. Oh, oh, oh. Die Mucke, ey. Die Kirchenmucke. Gute alte Kirchenmucke. Ey, der kann immer noch schießen, ne? Das ist... Der kann immer noch schießen, ja? 1260, oh mein Gott. Okay. Ach, du Heilige. Du musst alles immer reparieren, ne? Das ist... Gut, dann, äh, Kraftwerk einfach. So. Dann knall ich dem da unten einfach noch eine Flak hin. Damit er mich dann nicht weiter nervt hier. Der Russe, ja, ja, der Russe. Präpariert. So. Dann versucht er es mit Mediken. Ja, komm, dann. Ist egal, dann. Ihr macht diesen Panzer weg. So. So, dann haben wir den ersten Schwalmer überstanden hier. Äh, jo. So, das kann er gerne versuchen, das macht nix. Oha. Okay. Der Bunker ist fast kaputt. Ja, gut. Der kann immer noch schießen, das ist so dreist. Wirklich, Leute, das ist so dreist. So, dann schauen wir mal auf mit dem Kampfpanzer. Ich muss mal alles mal wieder reparieren, ja? So. Und dann können wir gleich mal unsere Armee anfangen aufzubauen. Tatsächlich, Leute, es ist soweit. Es sei denn, der will mich mit Mammutpanzern abfacken. Und der will mich mit Mammutpanzern abfacken. Schaut euch das an. Das ist so, so dreist, wirklich, ey. Mit Mammutpanzern auf meine Sammler. Das ist so dreist, ey. Mann, Mann, Mann. So, dann macht die Kacke kaputt. Los. Boah. Alter. Das ist so heftig. Mit was der alles angeschissen kommt. Leute. Boah. Mit was der angeschissen kommt. Unfassbar. Wirklich. Mach den kaputt. Den hier auch. Die Flammenwerfer überfahren. So. Ach du. Pff. Okay. Ja, schießt auf das Männchen statt auf den Raketenwerfer. Das ist auch so dumm. So, egal. Dann. Die kriegt ihr los. Hubschrauber diesen Raketenwerfer wegmachen. Boah. Also, nicht schlecht. Wurde ich sagen. Hubschrauber diesen Panzer wegmachen. Meldet mich bestätigt. Meldet mich bestätigt. So, helfen. Los. Türme nachbauen. Pff. Meldet mich bestätigt. So. Alles klar. So, dann fahrt diese scheiß Flammenwerfer platt hier. Platt fahren, habe ich gesagt. So. In Ordnung. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. So. Alles klar. Dann wird der nächste Angriff auch verteidigt. Und da würde ich sagen, brauche ich einfach weitere Kampfpanzer hier los. Jetzt arbeiten die Sammler auch vernünftig. Ja, das war ja eben. Zum Start der Folge war das ja kacke, ne? Dass die Sammler da nicht vernünftig gesammelt haben irgendwie. Keine Ahnung. Also. Oh, da kommt er schon wieder. Das ist nicht so knapp. Der will unbedingt auf meinen Bunker. So. Leute. Der kann nach wie vor schießen, ne? Das ist... Aber egal. Leute. Äh. Nein. Oder was habe ich... Habe ich hier irgendwas verloren? Ich habe ein bisschen Energie übrig. Der Monopanzer ist nicht weg. Schade. Oh Mann. Oh. Oh. Oh Mann. Leute. Ähm. Gut, dann macht den kaputt den Scheiß. So. Weg damit. Überfahren. Oder so. Das ist klar. Dann hier noch eine Flak. Und dann hier noch eine Flak. Und am besten noch hier oben noch eine Flak. Weil der kann anscheinend immer noch schießen, ne? Ja, Sir. In Außen. Sammler doch hier unten, Mensch. Wieder kein Geld. Warum? Ja, klar. Weil ich die ganze Zeit Kampfpanzer baue. Pff. Kein Wunder, ey. So. Alles klar. Dann reparieren. Wir können unsere Angriffsarmee aufbauen, Leute. Das ist gut. Das ist so gut. Ich würde mal sagen, dann als nächstes würde ich mich gerne um seine Geldzufuhr kümmern. Oh, das sind Edelsteine. Oh mein Gott. Boah. Die klaut er sich eiskalt, ey. Ist das dreist. Ist das dreist, Leute. Wirklich. Ja, komm dann. Keine Ahnung, mach die Scheiße kaputt. So. Weißt du was, Sammler? Du sammelst mal bitte die Edelsteine hier oben. Bevor der Russe sich die holt, ja? So. Alles klar. Hier unten wurde ich auch schon wieder angegriffen. So. Dann passt das aber. Das passt. Da kommt doch schon wieder eine Flugzeugscheiße. Ah. Hubschrauber. Das schafft er nicht. Oh ne, Leute. Jetzt hat er die Energie platt gemacht. Ich glaub's nicht, ey. Verdammte Scheiße. Mann. So. Jetzt hat er tatsächlich meine Energie wieder platt gemacht hier, ey. Mann, 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 Mann. So. Verdammte Hacke, Mann. Ich brauch glaub ich noch ein paar mobile Luftabwehr. Das ist so dreist, was der macht, ey. Wirklich. Was versuchte er da schon wieder? Panzer gegen Turm. Okay. So. Gut. Überall nochmal draufdrücken hier. Das ist so dreist, wirklich. Was? Achso. Okay. Okay. Ja, das ist aber auch schwierig mit den alliierten Waffen, ne. Das ist irgendwie... Die Alliierten, die haben ja ein bisschen... ein Luschen-Arsenal, muss ich sagen, ne. Ja gut, die haben die Chronosphäre. Das ist okay, aber... Natürlich sammelt er nicht die Edelsteine. So. Wird repariert. Alles klar, dann haben wir das ja. Dann bauen wir jede Menge Einheiten jetzt hier los. Oh, das sieht doch schon gut aus. Das sieht doch schon gut aus. Weißt du was? Ich nehme jetzt den Seelsensammler hier. Und schnapp mir mal die Edelsteine weg. Vor ihm am besten. Hufschrauber, kommt mal her. Dann nehme ich ihm jetzt nämlich seinen Sammler weg. Immer gute Taktik. Wenn er so dreist ist und meine... sich hier die Edelsteine klaut. Och. Warum denn jetzt schon wieder? Oh, noch ein Kraftwerk. So. Hallo? Ach so, das ist Hufschrauber. Okay. Ach du Heilige. Was macht er denn hier unten? Äh, okay, okay. Ja, das ist Kacke jetzt gerade. Ach, das ist jetzt gerade richtig scheiße. Äh, mein Panzer, komm mal hier runter, bitte. Bauen wir schnell einen Bunker. Fahr die platt los, bevor die die Flagge kaputt machen. Oh. Oh. Das war knapp wieder, ey. So. Dann hör mal auf, hier Panzer zu bauen. Hallo? Äh. Hör mal auf, die Panzer zu bauen. Ich brauche jetzt das alles zur Reparatur hier. Los. Oh Mann. Oh Mann. Leute. So. Der überwacht das, ne? Das ist krass. Der überwacht die Sache da. Ey, krass. Na gut, dann. Konstruktion abschneiden. So, dann mache ich hier unten zu. Alles klar. In Ordnung. Gut. Dann soll er mal kommen. Ja, natürlich. Natürlich kann der von da schießen. Das ist so bescheuert. Irgendwann war hier. Ja, klar. So, Leute. Gut. Mach den kaputt. Mach die Kacke kaputt. In Ordnung. Und den am besten noch. Ach, verdammt. Nein. Ja, gut, komm dann. Panzer. Komm mal bitte raus hier. Das soll er mal versuchen. Das soll er mal versuchen. Wer drei Flax. Wirklich. So. Der will mich wohl flachsen. Blööö. Was macht der Panzer, den ich da hingeschickt habe? Ach, der ist blöd. Okay. Äh, dann. Hubschrauber. Komm mal her. Das ist dreist. Das ist so dreist. Wird gebaut. So. Leute. Alles klar. Gut. Das sind nur Mäniken. Das ist egal. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Stetigt. Die Flugzeuge machen mal bitte, äh, die Tesserspule da im Arsch. So. Kämpfen wir uns mal Schritt für Schritt hier durch. Weg damit. So. Das soll er mal versuchen. Unser Stützpulte. Das soll er mal versuchen. So. Alles klar. Bunker noch. Jetzt ist er da, ne? Das ist toll. Richtig super. Konstruktionen abgeschlossen. Oh, Mann. Naja, gut, Leute. So. Ich hab die richtige Konter. Waffe da für euch. Ach, du Scheiß. Ach, du Heilige. Oh, Mann. Leute. So. Diese scheiß Grenadiere weg. Jetzt kommt er da schon wieder, ne? Ja, das sind aber nur Männchen. Gott sei Dank. Okay. Dann. Jo. Dann haben wir das. Sehr gut. Der kommt rein. Sehr schön. Gut. Alles klar. Dann. Ach, alles. Ich muss alles reparieren, ne? Das ist gut. Was macht er schon? Hier unten. Okay. Er kann nach wie vor schießen. Das ist so blöd. Der kann nach wie vor schießen. Egal, wie viele Flaxe ich hier hab. Ach, du Scheiße. Geht mal hier raus. So. Mach mal den Weg frei für den Sammler. Und ja, Leute. Ich hoffe, dass euch das hier trotzdem noch gefällt. Das gute alte Commander Conker. Remastered. Mir gefällt es nach wie vor sehr, auch wenn die letzte Mission echt schwer ist. Muss ich ja sagen. Die letzte Mission ist echt schwer. Jetzt bringen doch diese Kackkohle rein. Verdammt. Boah. So. Leute. Alles klar. Kaputt machen. Kaputt machen. Mach die Scheiße kaputt. So. Ha. Der Momentpanzer wurde von dem Manikblatt gemacht. Das ist doch mal geil. Einheit bereit. Ja. Leute. Ich glaube, dann kriegen wir heute in dieser Aufnahmesession hier wirklich nur diese Mission hin. Wenn überhaupt. Ja, Sir. In Ordnung. Die Sammler, die machen wieder alles und nix. Okay. Da kommt er wieder mit Mix. Die nach wie vor schießen können. Ja, danke. Mach diesen Scheiß da kaputt. Los. Verdammte Kacke, ey. Was versucht der denn jetzt? Okay. Na ja, gut. Die Hubschrauber. Mach die kaputt. Mach die schneller kaputt. Mach die schneller kaputt. Oh, sehr gut. So. Leute. Die brauchen ewig, die Sammler, ne? Das ist so bescheuert. Jo, danke. Danke. Das ist alles ein bisschen los. So. 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 Mach die Rakete auf den Marsch, ey. Boah. Schon nervig, ja? Muss ich sagen. Schon nervig. Stützpunkt wird angegriffen. Und die Manneken, ey. Unfassbar. So, weißt du was? Dann hör mal auf mit Panzer bauen. Ich brauch die Bunker nochmal nachbauen hier. So, los. Artillerie. So. Wo hat da wieder eine... Alter. So. Keine Kohle mehr. Wie immer. So. Ihr sammelt euch mal da. Ihr seid mein Angriffstropf. Puh. Ich muss mich echt konzentrieren, Leute. Das ist... Ich muss mich wirklich konzentrieren hier. Das ist... Ich glaube, die haben die Mission echt schwerer gemacht. Vor allem im Original, weil... So schwierig hatte ich das und auch wieder nicht in Erinnerung. Ich habe zwar in Erinnerung, dass die letzte Mission kacke war, aber so kacke wirklich nicht. Und er wartet wieder auf den... Dann geh du halt hier sammeln und lass den reinbringen. So. Ey. Das gibt's nicht. Ja gut, alles klar. Dann hier. Gut. Dann können wir weiter Kampfpanzer bauen. Und Artillerien bauen. So. Mammutpanzer. Okay. Drei Mammutpanzer wieder. Krass. So. Wer macht den kaputt? Der hat wieder auf eine Energie geschossen hier. Warum habe ich überhaupt Flachs aufgebaut, wenn der eh immer schießen kann? So. Mammutpanzer platt machen. Los. So. Mach die Scheiße kaputt. So. Und hier auch. Ey. Nicht da... Mach das Mammutpanzer weg. So. So. Mann, ey. Mammutpanzer. So. Leute. Ich meine, der hat hier auch ein Dings, ne? Ein Atomkraftwerk. Wo ist es? Der hat ein Atomkraftwerk hier. Da. Natürlich ganz am Ende. Der hat ein Atomkraftwerk. Das heißt... Oh Mann, Leute. Das heißt, hier kommen wieder Atombomben. Okay. Ja gut. Lass den hier reinfahren. Das ist... Super. Muss ich sagen. Was? Schon wieder. Was? Oh Gott. Zweite Folge ist gleich schon wieder vorbei. Ey. Oh Mann. Ich baue nach wie vor weiter Einheiten. Einfach weiter Einheiten bauen. Das ist so wichtig hier. Ja, natürlich. In Ordnung. Ach, nö. Ach, das ist doch jetzt wieder blöd, ey. Mann. Gut dann. Keine Ahnung. Warte, den Panzer kaputt. Tch. Oder diesen Raketenwerfer zumindest. So. Gut. Das soll er mal versuchen. So. Ich hab immer keine Kohle, ne. Das ist so bescheuert. Weil die Sammler halt so weit weg sind. Irgendwie. Ja, lass dich kaputt machen. Ist okay. So. Der lässt mich nicht mal sammeln, ne. Das ist... Ihre Befehle. Moment mal, wisst ihr was? Ich hab ne andere Idee. Statt die teuren Kampfpanzer zu bauen, werde ich gleich mal ein paar Gummipanzer noch bauen. Ach, du Heilige. Manneken. Okay. Ich werde gleich Gummipanzer bauen tatsächlich. Ja, weil die, äh, relativ billiger sind. So, wir sammeln weiter unsere Armee. Was macht der da schon wieder? Was macht der? Ach, der Sammler, ey. Mensch. Ja, gut. Dann fahr halt hier rein. Äh, nein. Die Sammler sind so nervig. Wirklich. Egal. Leute. Haben wir's bald mal. So, mach mal abbrechen. Ich muss reparieren. Oh, klar. Natürlich. Sammler. Hier oben. So. Hallo. Wuss. Mach diesen scheiß Kampfpanzer kaputt, ey. Verdammt nochmal. So. Weg damit. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann haben wir das ja gleich. Der hat schon wieder einen Bunger kaputt gemacht. Das ist, ey. Der macht immer meinen Angriff, Angriffstrupp im Arsch, ne? Auch noch mit Flugzeugen. Oh mein Gott. Ja gut, dann fahrt man hier drüber einfach. Zack. Und hier hoch. Zack. Zack. Und zack. So, Leute. Dann würde ich sagen, brauche ich jetzt einfach Gummipanzer. Ach, hier unten wieder. Okay. Alles klar. Dann hören wir auf. Ach, verdammt. Gut. Ich muss mal wieder hier unten was machen. Alter. Aber das macht Spaß auf jeden Fall. Gut, Leute. Gummipanzer. Oh, es gibt mir ein paar Gummipanzer. So, ihr seid bitte Team 1, ne? Wo kommen die Flammenwerfer eigentlich immer her? Naja gut, Leute. Mach die kaputt. Los. Alles klar. Dann würde ich sagen, Leute, im Anbetracht dessen, dass die Folge schon sehr weit fortgeschritten ist, würde ich sagen, jo. Wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Leute, lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und, jo. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüssi.